Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir fahren heute fort mit der Einführung in die österreichische Schule. Und zwar geht es heute weiter mit Teil 2. Das heißt, wir beginnen mit den prägenden historischen Figuren und deren Beitrag und machen das heute mit dem folgenden Titel. Geld kommt historisch gesehen nicht vom Staat oder per Gesetz in die Welt. Und da stellen wir schon fest, dass das im Widerspruch steht zu der öffentlichen Meinung, zu der Mehrheitsmeinung, dass die Menschen in der Auffassung sind, dass Geld sehr eng verbunden ist mit dem Staat und dass die Existenz einer Zentralbank und allen geldpolitischen Mechanismen, dass es völlig normal ist und dass jemand zentral verwaltend den Zins festlegt. Historisch gesehen ist es eben nicht so. Geld kommt eben nicht per Gesetz in die Welt und auch nicht vom Staat. Ja, wir sprechen heute über den Gründervater der österreichischen Schule, über Karl Menger, 1840 geboren, 1921 gestorben und die österreichische Schule wird auch unter anderem als Grenznutzenschule bezeichnet. Und das hat eben damit zu tun, da starten wir hier mit dem Überblick über sein Wirken, dass er eben die subjektive Wertlehre entwickelt hat und damit die Wert- und Preistheorie revolutioniert hat. Und auf der Basis ist eben die Grenznutzenschule entstanden und deswegen heißt die österreichische Schule eben auch so. Ja, was hat das oder wie kommt das zustande? Letztlich hat er eben festgestellt, dass sich Marktpreise auf Basis der subjektiven Werteinschätzung von Abermillionen von Individuen eben bilden. Ja, also ich kann eine andere subjektive Werteinschätzung haben, das heißt ein anderes Werturteil. Mir ist ein Oldtimer sehr viel wert, meinem Nachbarn nicht. Und dann ist es schon mal klar, dass wir beide nicht zusammenkommen und dass sich auf der Basis eben kein Preis bilden kann. Und darüber werden wir dann gleich auch noch ein bisschen sprechen. Ja, Punkt zwei. Die Güterproduktion definiert er als mehrstufigen Prozess und daraus leitet er ab, dass es Konsumgüter gibt und Produktionsgüter und dass es eben Güter niedriger Ordnung gibt und Güter höherer Ordnung. Und Konsumgüter befriedigen direkt und unmittelbar ein Bedürfnis, sie sind niedriger Ordnung. Und je weiter die Produktionsgüter wiederum weg sind, ein Konsumgut zu sein, desto höher stehen sie in der Ordnung. Der vierte Punkt und auch da stellen wir wieder fest, ich finde das immer interessant, das mit der heutigen Lebenswirklichkeit und Realität zu überprüfen. Zins ist ein Phänomen individuellen menschlichen Handelns. Und das heißt also, dass es nicht möglich ist, das zentralistisch festzulegen. Und gerade im letzten Jahr in der Eurozone wurde der Zins von 0 auf jetzt 4,5 Prozent hoch angehoben, der Leitzins. Und das steht eben diametral zu dem, was Menger dort ermittelt hat. Wir werden über den Zins nicht heute sprechen, sondern eben in den nächsten Beiträgen, wenn es um Eugen Bögen von Barweck und vor allem aber auch um Ludwig von Mises geht. Ja, wer war Karl Menger? Ich finde es auch mal interessant, sich damit zu beschäftigen, was für eine Prägung die Menschen hatten und warum sie zu gewissen Schlüssen und Erkenntnissen kamen. Und bei ihm besonders interessant, dass er eben aus der Praxis kam und dann in die Theorie ging und eben in der Praxis gewisse Beobachtungen angestellt hat. Er war 1840 in Galicien, in Neusandes geboren, heutiges Polen, damals Österreich-Ungarn. Sein Sohn, Karl Menger mit K, war auch ein bedeutender Mathematiker im Übrigen. Unser Karl Menger hier mit C studierte Jura in Wien und Prag, arbeitet dann später in Lemberg, das ist heute in Lviv, in der Ukraine heute gelegen, und in Wien als Finanz- und Wirtschaftsjournalist und war ihm tätig unter anderem bei der Wiener Zeitung. Und auf Basis dieser Tätigkeit stellte er fest, oder machte Widersprüche, stellte er fest, dass die Preisbildung halt subjektiven Werturteilen der Menschen zugrunde liegen. Und auf dieser Basis konstruierte er dann die subjektive Wertlehre und eben die Tatsache, dass Wert subjektiv ist und dass sich eben auf dieser subjektiven Werteinschätzung überhaupt erst Gebote bilden. Dass ich quasi sage, okay, ich möchte diesen Oldtimer für 50.000 Euro verkaufen, das ist dann erstmal ein Angebot, und auf der anderen Seite muss ich dann eben eine Nachfrage noch finden. Und dann bekomme ich eben einen Preis, ja, und das ist erstmal relativ und rein subjektiv, und ob das dann wirklich auch am Markt einen Abnehmer findet, das ist ein komplett, ja, steht auf einem anderen Blatt sozusagen. Und er stellte natürlich auch fest, dass die Märkte und auch die Werteinschätzungen eben von gewissen Emotionen natürlich getrieben sind und auch lange Zeit dann eben irrational sein können. Und ja, da gibt es noch einiges mehr zu erzählen an der Stelle. Ja, fahren wir fort. Angebots- und Nachfragepreise sind zunächst nur Gebote, das ist das, was ich gerade zu dem Oldtimer sagte, und der Handel muss dann erst noch stattfinden. Wenn ich also jemanden finde, der dann eben kauft, und dann haben wir einen Preis, der zustande kommt, und der kommt eben dann auch, oder ist im Grunde ein historisches Dokument, weil morgen kann das schon wieder keine Gültigkeit mehr haben. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und letzten Endes sind es die Menschen, die willens und in der Lage sein müssen und möchten, eben zu kaufen und zu verkaufen. Erst dann kommt ein Preis eben zustande. Und auf dieser Basis letztlich, dass es auch immer nur historische Dokumente sind und dass man eben nicht weiß, ob das morgen noch Gültigkeit hat, dass eben auch große Ereignisse dazwischen kommen können, dass Preise eben explosionsartig steigen oder eben total im Preis verfallen, auf der Basis resultiert letzten Endes auch, dass man demütig sein sollte in Bezug auf Preisprognosen. Ja, 1871, das Gründungsdokument, wir blenden es ein, die Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, noch ein wenig anders geschrieben als heute, das ist das Gründungsdokument der Österreicher, oder wird als solches verstanden. Und in diesem Werk schreibt er eben auch, dass nicht die Daten und Institutionen, sondern die Perspektiven des Individuums, also des menschlichen Handels, der Mensch selber, das von ihm alles ausgeht und dass er im Mittelpunkt der Betrachtung steht, der Mensch. Ja, und die vielen Individuen. Und er verwies eben auch auf die Arbeitsteilung. Und da kommen wir eben auch wieder auf die Güter höherer Ordnung zu sprechen, die eben zur Herstellung von Gütern niedriger Ordnung dienen. Und Güter in erster Ordnung sind Konsumgüter, das haben wir schon leicht ausgeführt. Und natürlich auch an der Stelle, dass die Zeit ein wesentliches Moment in dem Punkt ist. Ja, dass es eine gewisse Zeit braucht, um ein Gut herzustellen. Und je weiter eben ein Gut weg ist von der Bedürfnisbefriedigung, desto höher steht es in der Ordnung. Die Arbeitsteilung, das wissen wir, macht die Welt ergiebiger, weil eben durch Spezialisierung die Produktivität steigt. Ein Bäcker, der sich eben darauf spezialisiert hat, Brötchen zu backen, der bekommt das schneller hin, als wenn ich das jetzt mir überlege mal zu tun. Und so ist es mit einem Fleischer auch. Und auf Basis dieser Arbeitsteiligen Welt und Basis dieser Spezialisierung ist eben eine höhere Produktivität möglich. Das heißt, die Güteranzahl steigt. Und wenn die Güteranzahl und die Güterverfügbarkeit steigt, das heißt dann auch, dass der Wohlstand steigt. Aber eine arbeitsteilige Welt erfordert eben auch eine Tauschwirtschaft. Wenn man eben ein Tausendstel Ochsen gegen einen Apfel tauscht, das ist schwierig. Und auf der Basis entstand eben aus der primitiven Tauschwirtschaft, wo man eben Güter gegen Güter getauscht hat, entstand das Geld als das Tauschgut schlechthin. Und er war eben auch der Auffassung, dass der Mensch der Anfang und das Ende jeder Ökonomie ist, jedes Handelns und bezeichnete eben auch die Ökonomie als Sozialwissenschaft. Jetzt können wir noch mal so ein bisschen mehr oder tiefer gehend auf das Prinzip des abnehmenden Grenznutzens zu sprechen, auf die Grenznutzenlehre. Im ähnlichen Zeitraum haben das übrigens auch noch zwei andere Herrschaften beobachtet, dieses Phänomen Leon Walras und William Stanley Gervance. Und zwar besagt das Gesetz des abnehmenden Grenznutzen, das bei steigender Verfügbarkeit der Grenznutzen abnimmt. Das heißt also letztlich, dass wenn ich jetzt nach Hause komme und komme vom Sport, das erste Glas Wasser, das stiftet den Größennutzen. Und wenn ich dann das zehnte irgendwann Intus habe, dann wird es ein wenig Pfad. Aber natürlich auch generell, dass eine höhere Gütermenge einen höheren Nutzen stiftet, dass wir also einen höheren Gütervorrat als Mensch doch bevorzugen. Und der Wert eines jeden Gutes wird am äußeren Rand ermittelt. Das heißt also, jede Einheit, die hinzukommt, die bestimmt den Wert. Und was er auch ausmachte oder beobachtete, dass der intrinsische Wert keine ökonomische Wahrheit ist. Dass es also einen intrinsischen Wert in dem Sinne gar nicht so richtig gibt, dass auch das der Beobachtung von den subjektiven Werturteilen der Menschen komplett dem entgegensteht. Also letzten Endes sind Preise das, was die Austauschbeziehungen ausmachen. Also wenn ein Kauf- und ein Verkauftransaktion eben zustande kommt, dann sind es Austauschbeziehungen. Auf der Basis entstehen die Preise. Und der intrinsische Wert, das ist relativ. Weil dem einen kann Gold etwas wert sein, dem anderen eben nicht. Oder der viel zitierte von mir beschriebene Oldtimer. Und in Bezug auf die Marktpreise und Produktionspreise, beziehungsweise was ein gut Wert ist, da stand ja auch im Gegensatz zu Adam Smith. Adam Smith war der Auffassung, dass die Summe der Produktionskosten den Preis ausmachen. Dass das also elementar ist. Und das ist die sogenannte Produktionskostentheorie. Der Auffassung war, Menger nicht Menger war eben der Auffassung, dass es extrem wichtig ist zu schauen, ob diese Güter eben auch einen Nutzen stiften und ob das eben mit den subjektiven Werturteilen der Menschen dann vereinbar ist. Und auch mit den Lohnkosten ist es nicht erklärbar. Und das ist eben die Arbeitswerttheorie von Karl Marx, der eben der Auffassung war, dass der Wert eines Gutes rein sich an den Arbeitskosten orientiert. Also wenn ich jetzt einen Arbeitslohn habe von 10 Euro die Stunde und ich benötige 10 Stunden, um dieses Gute herzustellen, dann sind es 100 Euro. Ja, das ist natürlich total wahnwitzig. Da ist die Produktionskostentheorie noch sinnvoller. Aber die Absatzfähigkeit oder ob es eben auch jemanden findet, der damit dann seine Bedürfnisse befriedigt sieht, das sagt damit überhaupt nichts aus. Das ist totaler Wahnsinn. Da kann man also am Markt vorbeiproduzieren sozusagen, wenn man sich nur rein an den Produktionskosten orientiert, wie Smith das gemacht hat, aber auch, wie Marx es getan hat, rein an der Arbeitswerttheorie oder an den Arbeitskosten. Das ist also ziemlich wahnwitzig. Kommen wir nochmal zum subjektiven Werturteil. Was ist Mehrwert, Gold oder Silber? Das ist keine ökonomische Frage, sondern eben ein subjektives Werturteil. Ich versuche das so ein bisschen wiederholend reinzubringen, dass man das ein bisschen transportieren kann, diese Botschaft von der subjektiven Wertlehre. Das heißt also letzten Endes nichts anderes, dass Wert vom Kontext abhängt und auch wie individuell ist. Also wenn ich keinen Führerschein habe, dann ist mir das Auto nichts wert. Und ein Glas Wasser in der Wüste hat für mich einen hohen subjektiven Wert als ein Glas Wasser zu Hause, wo ich eben den Wasserhahn öffnen kann. Das ist vollkommen klar. Und Preise bekomme ich eben nur dann, wenn die Menschen auf Basis ihrer Bedürfnisse, auf Basis ihrer Präferenzen, eben auch diese Konsumentscheidung ausleben können und ich eben dann deren Bedürfnisse befriedige. Und dieser Punkt ist extrem wichtig. Ob es eben eine Marktwirtschaft ist oder eine Planwirtschaft, wer ist derjenige, der über die Produktionsstruktur einer Volkswirtschaft bestimmt? Sind es die Konsumenten, sind es wir Nachfrager, der wir eben das eine gut kaufen, das andere ablehnen und auf der Basis richten dann die Unternehmer ihre Produktion aus? Oder ist es irgendeine zentral planerische Anstalt, die eben entscheidet, ihr fahrt jetzt das und das Auto und das wird produziert? Und ja, da muss man überlegen, was ist ziviler? Ziviler ist es natürlich, wenn jeder, wenn wir eine absolute Konsumentensouveränität haben und auf der Basis eben dann die Produktion sich ausrichtet. 1873, sorry, wurde er Professor an der Universität in Wien. 1880 begann dann der schon von uns hier in dieser Reihe beschriebene Methodenstreit mit der historischen Schule, die also hauptsächlich auf die Empirie abstellte und das subjektive Empfinden der Menschen und das Individuum ziemlich außen vor gelassen hat. Ja, und da nochmal der Verweis, die historische Schule gewinnt eben die Erkenntnisse aus der Historie und extrapoliert dann in die Zukunft und die österreichische Schule agiert mit Gedankenexperimenten, sie schaut durch logisches Beobachten, schaut auf das Individuum, schaut auf die Anreize der Menschen, welcher Anreiz zum Handeln ist gegeben und welche Ziele verfolgen die Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig. 1884 veröffentlichte er dann die Irrtümer des Historismus in der deutschen Nationalökonomie. Das war eben dann die Fortsetzung des Methodenschreites und Grundprinzip von Menger. Also jetzt kommen wir dazu, wen er ausgebildet hat. Grundprinzip von Menger war, seine Schüler zum selbstständigen Denken und Urteilen zu befähigen. Das ist also ähnlich, wie Kant das gemacht hat. Und das steht natürlich im Konflikt mit der staatsgläubigen, etatistischen Denkweise, die wir heute so haben, dass die Menschen eben einfach nur das nachkauen, was in den Universitäten gelehrt wird. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir in der Reihe auch schon gesagt haben. Und er war eben da eher bekannt, dass er gesagt hat, meine Schüler sollen nicht das einfach adaptieren, was ich ihnen erzähle, sondern ich möchte sie befähigen, selber zu denken, Dinge zu hinterfragen und eben Rückschlüsse zu ziehen, durchbeobachten und so weiter. Ja, prominente Schüler, wen hatte er als Schüler? Zum einen Kronprinz Rudolf von Österreich beziehungsweise Habsburger damals. Und natürlich waren auch österreichische Minister dabei, unter anderem Eugen Böhm von Barwerk, oder er nannte sich auch Eugen von Böhm Barwerk in der Kurzversion. Der wurde viermal Finanzminister im Übrigen. Über ihn werden wir nächstes Mal sprechen. Kronprinz Rudolf soll natürlich durch die Prägung von Karl Menger sehr, sehr liberal gewesen sein. Das biss sich natürlich total mit diesem Herrschaftsprinzip der Krone und Menger und Kronprinz Rudolf haben übrigens anonym ein Werk verfasst und haben es, wie gesagt, haben es nicht unter dem Klarnamen veröffentlicht. Naja, gut. Und wie gesagt, nochmal da ganz klar, Schüler zum eigenständigen Denken zu befähigen, das ist eben auch etwas in der Tradition des großen Aufklärers Immanuel Kant. 1892 ein Werk zu den Wurzeln des Geldes beziehungsweise über den Ursprung des Geldes. Wir blenden es auch mal ein. Und da schließt sich dann auch der Kreis zu dem, was ich am Anfang gesagt habe und wie auch der Titel lautet, dass Geld eben kein Geschöpf des Staates ist. Es ist nicht per Gesetz entstanden und folglich keine staatliche Institution. Bei Geld handelt es sich um eine gesellschaftliche Institution beziehungsweise um ein gesellschaftliches Phänomen. Nein, darüber werden wir noch sprechen, wenn wir um das so ein bisschen tiefer in die Geldtheorie einsteigen. Aber es ist deutlich geworden, wie wichtig Geld ist in der arbeitsteiligen Welt. Weiter heißt es in den Ausführungen Mengers, Geld ist keine staatliche Erfindung, nicht das Produkt eines legislativen Aktes. Auch die Existenz bestimmter Waren als Geld, also zum Beispiel Gold und Silber, hat sich naturgemäß aus ökonomischen Verhältnissen herausgebildet, ohne dass die staatliche Einflussnahme hierbei erforderlich gewesen wären. Daraus kann man letzten Endes ableiten und das wurde auch oft dann so beschrieben von ihm, dass eben Geld durch Gewohnheit entsteht, beziehungsweise durch menschliches Handeln, durch menschliche Interaktion, durch Kooperation und so bildet sich eben Geld heraus als das marktfähigste, als das tausch- und absatzfähigste Gut, was sich eben am besten tauschen lässt gegen andere Güter. Und da an der Stelle nochmal auch auf das Werk 1871, auf sein Grundlagenwerk, also die Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, wo er eben ganz klar darauf abgestellt hat, dass es um die absolute Konsumentensouveränität geht, das ist das, was Marktwirtschaft ausmacht. Und da möchte ich schließen auch an den Punkt und auch nochmal an Roland Bader erinnern, der sagte nämlich, Markt oder Befehl, dazwischen gibt es nichts, also freiwillige Kooperation, um eben die Ziele zu erreichen, die man so hat, oder Befehl Planwirtschaft, dass die Menschen eben von einer Obrigkeit dazu aufgefordert werden, die und die Heizung zu verbauen oder das und das Auto zu kaufen. Das ist nicht das, was wir brauchen und wir brauchen die absolute Konsumentensouveränität, nicht nur bei der Heizung, nicht nur beim Auto, sondern auch beim Geld. Und da ist es sehr, sehr gut gelungen, den Menschen das abzutrainieren und die Menschen von diesen Kenntnissen der österreichischen Schule zu entfernen. Und das liegt eben auch daran, dass es heute eben keinen Finanzminister gibt, der dieser Denktradition angehört, sondern dass es eben Menschen sind, die andere Interessen verfolgen und daran sollten wir arbeiten. Deswegen bitte ich darum, diese Videos zu teilen. Ja, auch Fragen zu stellen, fleißig zu kommentieren, den Kanal zu abonnieren und eben auch die Bücher, die ich hier erwähnt habe, vielleicht mal zu lesen. Es gibt auch Kurzfassungen davon, einfach mal googeln. Ich freue mich auf Rückmeldungen und freue mich dann auch irgendwann mal in die Schule zu kommen, für die wir das hier drehen und produzieren. Hoffe, dass es gut ankommt. Bitte fleißig teilen, kommentieren. Auch konstruktive Kritik ist erwünscht. Vielen Dank. Und auch ich möchte dazu befähigen, kritisch zu hinterfragen. Und das geht natürlich auch, betrifft auch auf unsere Arbeit hierzu. Insofern bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017